Red Dead Redemption 2 Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Red Dead Redemption 2 Ich bin hier wieder auf der Ranch Immer noch und gehe erstmal zu Abigail Oh Ich denke Hier Ich bekomme dir ein bisschen Kaffee Das einzige was ich weiß was zu tun ist W- Du weißt Untertakers wie mich Kattel Nicht so viel Das ist nicht wahr Ich bin kein Rancher Resselt Horses, nicht raised them Stole Kattel, nicht birthed them Ich war, ich war in der Bibliothek Ich war über eine alte Ranch, Beecher's Hope, da bei Blackwater Warst du? Jack read es zu mir aber Ich dachte vielleicht, dass wir ein Geld geben können Bank kann uns die resten Wir können uns glücklich sein, John Bank loans? Ich habe ein verdammt Preis auf meine Hände, Frau Ich weiß, ich weiß alles über das Every time wir kommen zu irgendwoher, machen etwas Du sagst das ganze Welt, dass du nicht Jimmy Milton Every place wir haben, ist das gleiche Wir beginnen zu machen und dann Und dann ist das gleiche Du bist wie ein großer Mann mit der Schreie Du bist wie ein großer Mann mit der Schreie Ich bin schrecklich, John Und ich denke, ich war etwas Ich bin ein bisschen, aber mir das Ich bin das Ich fühle mich einfach Ich fühle mich einfach Ich fühle mich einfach Ich fühle mich Ich bin besser Ich bin sicher Ich nehme den Mann mit mir Ich nehme den Mann mit mir Er wird schwer Lancelot Komm schon Jim, wenn du da bist, kannst du einen Parcel für mich Ich versuche Ich versuche Ich denke, es ist in deinem Namen? Mein Name Ich denke Ich denke Ich denke Eine ist in deinem Namen und andere ist in meiner Ich wollte nur einen Aber jetzt Wie viel kaufen hast du gemacht? Oh ja, ein wirklich starker Verkaufsteller von Goods, ich Schau mich Okay, Lancelot Ich werde noch einen Mann aus dir machen Nicht zu viel von einem Mann sein Er ist nur ein Junge Ich werde ihnen zeigen, wie den Fahrrad ein bisschen und schaffst die wirklich spannenden Realitäten in der Kindheit für einen anderen Tag Komm schon Du wirst Wissen auch, wie es läuft Natürlich Ich Darf ich Darf ich meinen Hut haben von Arthur Nö? Was ist die letzte Nacht mit den Männern? Habt ihr sie töten? Ich habe getan, was ich hatte um dich zu schützen Ma sagte es war oder was? Ma war falsch über das Ja Hier Willst du die Kugel ein bisschen nehmen? Ich weiß nicht, Papa Es ist einfach, Junge nicht zu Angst Na, äh Was mache ich? Na, behalte sie und behalte sie kurz um zu schlafen sag ihnen zu schnell gehen oder gib ihnen ein bisschen und dann behalte sie eine Seite wenn sie zu schlafen wollen hier probiere es probiere es Die Jungen können besser fahren als ich Wer soll denn der Schuss? Jungen lef lef das ist das das auch das 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 Schau, ich habe ein paar Sachen mit dem Klerk zu tun. Ich lasse dich mit dem Wagen. Kann ich dir nicht mit dem Fahrrad fahren? Oh, ich denke, ich könnte mit dem Fahrrad fahren. Sehr gut. Ich habe nicht so schnell fahren. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Wie geht's dir? Kat ist loben. Geil. Achtung, Rückwärtsgang, Vorwärtsgang. Wahrscheinlich mit dem dritten Berg angefahren. Er hat auch einfach gar keinen Bock, der Junge. Natürlich so. Richtig motiviert. Hallo, Hector. Hallo, ich bin hier... Name? Mein Name? Ähm, Jim Milton. Jim Milton. Hm. Nein, nichts hier. Vielleicht probiere... Marston. John Marston. Das ist eine lange Geschichte. Okay. John Marston. Junge, sei doch nicht so laut. Nein, nichts hier für diesen Namen. Probier Abigale Roberts. Abigale Roberts. Abigale Roberts. Abigale Roberts. Ja, hier sind wir. Und ich bin auch hier, um die Lieferungen für den Pronghorn Ranch zu holen. David Getty hat mich. Pronghorn? Ja, äh... Oh, äh... Sign hier. Wir haben ein paar Sachen für dich. Und ich werde dir helfen. Und ich werde dir raus. Hmm. Ich werde diese. Ich werde das. Du gehst den restlichen Sachen. Hier. Ich helfe dir mit dem, Herr Marston. Ah, das ist... Ich werde mit dem, Herr Miltern. Das ist eine lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Alles, was du sagst, Herr Miltern. Das ist nicht wichtig. Ich bin sehr wichtig. Ich bin sehr wichtig. Ich gebe mir meine Regards zu Gettys. Danke sehr, Herr. Okay. Wir gehen raus. Alles okay, Pa? Natürlich. Ich hoffe so, zumindest. Hier. Du gehst die Regeln ein bisschen. Ich bin nicht sicher. Komm schon, Herr. Du möchtest es ein bisschen. Du magst es, wenn du etwas schwer probierst? Okay. Okay, Pa. Äh. Äh. Falsche... Richt... Das war der Vorbereit. So. Richtige... Richtige... Richtigen Gang gefunden. Das ist, was wir tun. Turns out... I miss the seclusion of the ranch more than I figured for. Don't you want to go to the store or the saloon or anywhere? We're going back. Okay, boy. But... I've been sitting in this wagon, I don't know how long. But nothing. Keep on driving. And watch the road. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Ich komm da nicht drauf klar. I'm your father, okay? I got my reasons, even if I don't care to explain them. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, alter. Der Junge, ey. Mach mich fertig. Ich hab' dich gesagt, du schaust auf. Schaust auf. Ich sag' dich schade, schaust auf, okay? Eh... Klar. Äh, aber chill, 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 chill. Hallo, ähm. Hallo? Was machst du da? Äh, da liegt ne Leiche. Äh. Du darfst... schneller. Du darfst... Ja! Du darfst... Ich mag hier nicht fahren. Es ist die gleiche als die anderen Straße. Schau, wo du gehen willst, und der Hörsch wird folgen. Okay. Ja! Ich denke, der Hörsch wird schädig. Es wird alles gut sein. Äh, hi. Was? Nichts. Nur weiter fahren. Äh. Hast du irgendwie ne Waffe dabei, John? Ist das egal? Was ist passiert? Nicht nachher. Oh, Papa. Es ist der Mann? Sie folgen uns? Es... Sperren, einfach... Siehst du die Schrauben? Als wir da sind, stoppen die Wagen, runter und weg. Oh, Papa. Wir müssen genau das alles, wie ich sage, Junge. Hier, jetzt! Komm schon, schnell, runter! Okay, Junge, warte hier. Du nicht beweist oder sagst nichts, bis ich mit dir spreche. Ja, Sir. Ja, Sir, Alter. Okay, Junge, wir sehen, was du überraschst. Was wollen wir mit uns? Oh, wir wollen nur einen freundlichen Gespräch. Wer will das wissen? Ich weiß nicht, was du überraschst. Ich bin nur hier mit meinem Sohn. Habt ihr einen Mann in Roanoke ein paar Monate zurückgebracht? Nein? Das war nicht ich. Das war mein Bruder. Sorry to hear, aber... Sorry, friend, but... He was trying to rob... You're talking bullshit, Mr. Killhead! Oh, lol! Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Na. Ja. Ja, ne? So? Sorry, Jack, aber... Du lebst noch. Es ist okay. Du bist okay. Was? Warum? Was? Es ist okay. Es ist okay. Komm schon. Schau die Augen zu. Los geht's. Lass die Augen zu, weißt du. Und er guckt dann nur hinter. Komm schon. Ich hab dir gesagt, nicht zu sehen, Junge. Sind sie tot? Ich habe keine Angst. Du hast das gesehen. Du hast alles gesehen. Kompos dich selbst. Du hast sie töten, Paul. Ich brauche dich, zusammenzuhalten. Du warst wirklich brav da hinten. Wirklich brav. Genau wie ich sagte. Wenn du nicht hörst. Dinge könnten für uns wirklich falsch gehen. Die Hälfte der Bevölkerung abgeschlackt wird. Aber... Das kann er nicht machen. Was war der Name, Junge? Beecher's Hope. Das stimmt. Beecher's Hope. Over by Blackwater. Du magst die Idee davon, oder? Uns auf dem Rancher? Ich weiß nicht. Ich kann dich als Rancher sehen. Wie Duncan Geddes, oder? Ich war nicht so sicher, aber... Ja. Ja. Das Kind von Leben könnte uns entspannen. Es wäre nicht so eine Sache, wie die Hälfte, die wir nachdenken würden, nachdem wir uns waren, würde es? Ha. Nein, es wäre nicht. Das war eine... äh... ...eventuelle Reise. Äh... Ja. Tschüss, Beziehung! Wie ist das... Was ist passiert? Ja. Es ist... Ich weiß nicht... Wir haben... Wir haben gebeten. Gebeten? Was hat passiert? Na ja, wir wurden folgert und dann... Folgert von jemandem? Wahrscheinlich jemanden, der mich wusste. Wenn wir nicht zu diesen Beschlägen haben, bin ich entschuldigt. Mein Sohn! Unser Sohn! Deine Koffer hat alle Probleme gemacht. Nicht sogar eine Koffer. Es war ein Gift für dich. Bin ich noch schuld? Das ist er. Ich sehe ihn. Danke, Abe. Hallo, Boote. Entschuldigung, Herr. Ich bin Jim Milton. Ich hörte, du hattest ein Telegram für mich? Ja, hier. Sein da. Danke. Jim, stop. Stop. Wenn du der JM, den ich weiß, stop. Es ist Sadie Adler. Ich habe etwas zu diskutieren. Paye. Gut. Meet me in Saloon in Valentin. Auf der meisten Tage. Stop. Sadie Adler. Hauptsache, er kann besser lesen als seine Frau. Hey, Sadie. Geil. Wey. Wey. Abigail wird uns widerschlagen gefühlt, aber hey. Kenn ich nichts anderes. Deswegen erste Lektion. Bleibt immer alleine. Äh, tschüss. Da ist ein Zettel. Da ist ein Zettel. Ja. Ja. Da ist ein Zettel. Ich liebe unsere Kinder genug, dass ich ihn nicht mit ihm sein kann, während du bist. Du hast so viele Trämmen, John. Ich habe so viele Trämmen. Ich hoffe, dass du dich verändern. Wir alle sehen, was mit ihnen passiert. Aber du... Ja. Ein Teil von dir ist hellbent auf die gleiche Weise enden. Und ich liebe dich zu viel, um das nicht mehr zu sehen. Abigail. Ja. Ripp. Ja, stimmt. Das Paket von ihr. Oh, lol. Wo ist deine Frau, Milton? Ähm, sie ist weg. Ich sah sie mit dem Junge. Und mit den Schrauben. Was ist passiert? Habt ihr gewohnt, Herr Dickens? Nein. Das macht mich nicht. Was hat sie gemacht? Catch dich mit einer Showgirl? Oder hörst du mehr Schrauben? Just, wie bist du, Jim Milton? Ich bin ein Familie. Ich kann eine Schrauben. Natürlich. Die Schrauben schrauben mich. Nur interessiert, das alles. Nichts lustig, Unless du findes Gossip über eine Mannschaft über deine Zeit. Ich glaube nicht. Es ist Arbeit zu sein, Unless du auch schlauchst. Ich bin nicht weg. Ich arbeite. Ich muss Geld schrauben und sie was sie will. Was will sie? Sie will ein Platz ihrer eigenen. Sie sagt, sie hat einen Plot bei Beatrice Hope gefunden. Und du? Ein Recher? Du wirst sterben. Wahrscheinlich. Du wirst sterben. Dann bleibst du dich auf dich. Geh deine Meinung weg. Geh zurück zur Arbeit zurück. Alles klar. wir melken das schöne randale hier in ochsengrüngehege machen weißt du so ne arbeit wird selbst ich noch hinkriegen und dann brauche ich gar nichts machen so wirklich vor allen dingen, John tut ja alles dafür dass er hier arbeiten kann aber was kann er denn dafür wenn dann auf ihn geschossen wird bei dem wie viele zäune will er eigentlich bauen er baut halt echt ne mauer am ende ist das die berliner mauer hier wenige monate später so her full hey you know i was wrong about you turned into a fine worker jim milton oh thank you means a lot hey you think i can speak with mr getys see if maybe he's open to offer me some guidance i'm sure he'd be happy to hear you speak at least thank you mr dickens okay okay ich gucke mal eben kurz auf timeline ist ja passend timeline perfekt irgendwie sieht die rifle schon verdächtig aus guten tag hey son how's that bull fine mr milton your father in could i have a word sure i'll just get him pa i'm right right here what's problem milton sorry for the disturbance sir oh no problem my wife she just began her morning discourse on the subject of my faults experience i think every man can relate to in some ways my wife my wife also has issues with some of the decisions i've made real issues hmm do you believe a man can change sir where is this heading i guess i don't know i've tried to be a good hand i've worked hard to secure your property and for that we are grateful and you've paid me well besides the thing is i suppose i need to get a place of my own so i can prove to my wife that i've changed i understand but i ain't got much money i ain't asking to borrow none but maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan a loan huh so i can buy that place beecher's hope yes i know it yes of course sure it'd be my pleasure geiler chub take your money and go buy passage on a boat go to brazil and forget all about family i'm just joking son just make sure you deal with ansel atherton at the bank he's a distant cousin use my name tell him to ask me direct himself you'll get what you need thank you sir alter i'm a geiler typ you'll get her back der ist ja übel krank drauf können sie bei mir in der bank ein gutes wort einlegen klar mach ich komm der typ ist geil drauf so sehe ich auch irgendwie aus wie im arthur in mir ja ja du hast die überleben skimmst du heraus von freigeschaltet sie dem protokoll nach und ich hab keinen werden. So gut. Ich würde mal sagen, was für eine weite, was von einer weiten Runde. Red Dead Redemption 2. Wir sehen uns das nächste Mal in einer der beiden Missionen und ich hoffe, wir sehen uns bis dahin dann wieder. Bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal.